Guten Morgen, auch in dieser Aprilwoche, nicht mehr sommerlich Frühling, aber weiterhin sommerfrühlichen Salat, La Dunga Verde, aus dem Tunnelanbau, der Letzt, kommen wir nicht all den über, es gibt auch so, die Grünen haben schon dann Salanova rund, rot oder grün, auch Nanigal haben das da, Blömerkohl, aber alle haben den Fenchel, denken dran, Fenchel, nicht nur da unten, das hier, so eine Stängel, mit diesen feinen Hörchen, coolen Hörchen im Salat, mit Zech, ganz fein und fein, auch Kohlräbel, nicht nur da unten, da, ist Butter zart, so eine Stängel, und das Kraut oben, auch im Frühling, wunderbar, schmeckt auch nach Kohlräbel, ist auch sehr fein, auch grün, auch fröhlich, auch mega cool, Schalotte, das Bündel, auch alle, weiterhin, aus dem Winter, haben wir noch Lauch, weiterhin aus dem Winter, haben wir noch Böle, auch Rüebel, aus dem Winter, immer noch, also immer noch, es hat noch, es ist auch, nicht zugehend, mehr kochende Hördöpfel, Äpfel für die, die Früchte haben, in etwa einer Kiste, hat, äh, noch Tomatenwürfel, oder passierte Tomaten, nicht alle, aber in etwa einer Kistengrösse, passend zu den Tomaten, heute, die, die im Abo haben, und Mozzarella. Es kann sein, dass, äh, heute, Mozzarella-Geräusch drin hast, oder Purata, oder, äh, das Glas, so wie es viele kennen, mit der Nordini drin. Fönen Tag, gute Woche, bleib gesund!